Aaaaaaah So, ich schicke mal fast alle Einheiten, die ich hab Hehe Nec, vielleicht zahle ich eine zur Verteidigung da lassen Meine Schiffe machen den Rest Also, ich fahr jetzt sogar mein PC komplett drüber Ich mach das Weil ich hab festgestellt, dass das zurücksetzen den Scheiß gebracht hat Aha Ja, Kossacks funktioniert immer noch nicht, Loll funktioniert nicht Also, hau ich jetzt einfach alles runter Jo, mach was Ja, aber erstmal, ob es so klappt und wenn ich Mach es über einen Stick Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es so klappt Naja, mein Laptop ist immer noch fleißig am Steam installieren Und dann, wenn ich jetzt erstmal ein Stück Neh, wenn ich jetzt hier bin Uh, ich bin ich hier Ich bin ich hier Ja, ich bin ich hier Oh ja ich bin mal raus vielleicht komme ich später noch mal wieder wenn man das team installiert hat ja Was? Ich habe mal Artillerie... Was? Stadthalle habe ich verloren? Was sagt er mir? Achso, achso, was ich eingenommen habe. Ja, die laufen ganz von alleine rum. Die befehle ich gar nicht. Ich habe demnächst gesagt und die laufen hier einfach quer durch den Land. Was? 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 Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, alles gut Ja, alles gut Ja, alles gut Was ist los mit dem? Ich fuck mal, rode jetzt ein bisschen ab mit meinen Schiffen hier Ja, alles gut Ja, ich muss noch Einheiten loswerden Schick einfach alles drauf, ich bille jetzt nur noch Bogenschützen aus, Fuß und Beritten Schau mal da rechts da in die Einbuchtung zwischen lila und rot Die lass ich jetzt einfach, da stehen die Schiffe, die machen dann schon Die machen das schon Hier links rum fährt auch noch eins Goldstrand sieht gut aus Das einzigstes Problem ist von den Plätzen Ich bin fest, Herr Leuth nicht über3, exacerbate die B-10-G-4-3-4-4-4-4-5-5-4-4-5-4-4-4-4-4-4-5-4-5-6-5-6-5-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-5-4-4-4-5-6-5-6-6-5-6-7-6-6-7-6-5-6-7-6-6-7-6-8-1-7-7-6-6-6-7-7-6-6-6-7-6-4-5-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-3-7-7-7-5-6-7-7-7-7-7-7-7 Das war's. Das war's. Ja, weil ihn halt keiner angegriffen hat. Wahrscheinlich. Deswegen hat er so viele Punkte, aber Armeen hat er halt keine. Hä? 0,10 hat Rosa bei mir. Was? Okay. 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 Ja, jetzt warten wir noch ganz kurz hier Ja, ich fahr halt Armeen auf hier Mit Armeen, aber wo fangt man die dann ab? Ja, ich hab da ein Linienschiff da unten stehen Das spielt sich da ein bisschen Äh, wo steht die? Ah, sie ist, jaja Die Blockhütte kommt ja gar nicht zum Schiff hin Ja, bis das Schiff muss, da jetzt halt mal rumgefahren ist Das dauert jetzt ein bisschen Das dauert jetzt ein bisschen Das dauert ein bisschen Ja, ich bin dabei Oh, weg Ja, ich bin dabei Ja, ich bin dabei Ja, die hätten auch mal hier bauen können Also, sehe ich das jetzt nicht als unfair an Ich nutze das halt einfach aus Jetzt sind sie ja selber schon, dass sie keine Schiffe gebaut haben Dafür, dass das ein unmöglicher CPU ist, ist der dann eigentlich ganz schön doof Ich bin dabei 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 Ich schicke einfach mal alle Einheiten zu den Feinden rein und könnte nichts sehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017